Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Auch heute gucken wir uns wieder drei sehr spannende Themen an. Zum einen geht es um den Ethereum-Killer Binance Smart Chain, denn die Ethereum-Gebühren atmen immer weiter aus und wie das in den Griff zu bekommen ist, das gucken wir uns gleich an. Außerdem sehen wir uns drei Gründe an, warum der Bitcoin sich so massiv und schnell wieder erholt hat. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch an, warum Craig Wright nun darüber spricht bzw. insgesamt 5 Milliarden US-Dollar in Form von Bitcoins haben möchte von verschiedenen Bitcoin-Entwicklern. Wenn dir dieses Thema jetzt schon gefällt und du auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall direkt erstmal einen Daumen nach oben da lassen und gerne auch diesen Kanal abonnieren, um auch in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Gucken wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es um die Problematik von ETH und die Gebühren, die eben das Problem richtig schmerzhaft machen. Denn Ethereum hat ja seit einiger Zeit das große Thema, dass die Gebühren immer weiter anwachsen. Wir müssen pro Transaktion über 5 Dollar seit einiger Zeit bezahlen, teilweise sogar Rekordwerte von 38 Dollar. Das sind natürlich Werte, die funktionieren eben nicht für kleinere Wallets. In dem Moment, wo ich vielleicht 2 oder 5 Dollar verschicken möchte, macht das Ganze natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Und dieses Phänomen hatten wir bereits beim Bitcoin 2017. Da sind ebenfalls Transaktionen auf über 50 Dollar angestiegen und entsprechende Lösungen wurden implementiert. Mit Second-Layer-Lösungen zum Beispiel, das heißt also das Lightning Network, um eben das Ganze in den Griff zu bekommen. Das große Problem ist hierbei aber, dass ETH das Ganze erstmal nicht in den Griff bekommen wird. Man arbeitet bereits an dem Upgrade EIP 1559, das die Transaktionsgebühren eben wieder in geregelte Bahnen bringen soll. Aber auch das wird wahrscheinlich noch einen Moment auf sich warten lassen. Oder alternativ haben wir hier die Phase 1 von ETH 2.0. Denn dann wird das Netzwerk um das 6900-fache schneller und kann Transaktionen deutlich schneller verarbeiten. Man hat also dann nicht mehr die großen Probleme mit den Gebühren, die man dann also bezahlen muss für eine entsprechende Transaktion. Sie werden natürlich noch bleiben, bis wir komplett auf Proof-of-Stake umgestiegen sind mit ETH 2.0. Aber dennoch sollten sie dann erstmal massiv nach unten gehen. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass die Transaktionen, das heißt also das Handelsvolumen, in Q1 extrem nach oben gegangen ist. Wir reden hier aktuell von 1,6 Billionen US-Dollar im Vergleich zu Q1 2020. Da lagen wir noch bei 116 Milliarden US-Dollar. Aber man sieht also ganz klar, dass Ethereum weiterhin extrem interessant ist und viele das ganze Netz hier nutzen, beziehungsweise die Blockchain. Auf der anderen Seite, wie gesagt, für die ganzen kleineren Wallets ist das eben extrem problematisch. Und da muss man sich zweimal überlegen, ob man entsprechende Transaktionen durchführt. Wenn man sich dann mal anguckt, was es denn für Alternativen gibt, dann merkt man relativ schnell, dass Binance hier ein regelrechter Ethereum-Killer sein kann. Sie haben es hinbekommen, den DeFi-Hotspot hier aufzubauen, also ihre eigene DeFi-Infrastruktur hochzuziehen. Denn auch hier ist ein Total Value von über 10 Milliarden US-Dollar gelockt worden. Knapp ein Viertel der Werte, die wir im Ethereum-Blockchain-Kontext sehen. Außerdem liegen die Transaktionsgebühren natürlich im Cent-Bereich und man ist deutlich schneller unterwegs. Man versucht also hier gerade die Probleme, die Ethereum hier hat, komplett auszunutzen. Ist ja auch verständlich. Es gibt viele Anwendungen, die hier ebenfalls massiv von dieser Situation profitieren und nach oben gehen. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. In jedem Fall ist es so, dass ETH versucht, an dem ganzen Thema zu arbeiten. Wie gesagt, EIP 1559 wird wahrscheinlich noch implementiert. Aber eben auch die Phase 1 sollte diese Skalierungsprobleme komplett lösen und aus der Welt schaffen. Und dann sollte es auch wieder besser mit ETH laufen. Dann sollten eben auch diese ganzen Themen hier vom Tisch sein. Und was man natürlich auch in dem Kontext sagen muss, ist, dass die Binance Smart Chain natürlich nicht schlecht ist. Und dass es dann entweder das eine oder andere Projekt geben muss. Sondern aus meiner Sicht können eben auch beide koexistieren und entsprechende Lösungen eben erarbeiten bzw. Schnittstellen schaffen. Deswegen ist es sicherlich sinnvoll, sich beide Projekte hier in Ruhe nochmal anzusehen. Falls du dich grundsätzlich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzt, dann solltest du dir auf jeden Fall die ersten beiden Links in der Videobeschreibung angucken. Zum einen habe ich dir absolute Bitcoin-Pflichtlektüre verlinkt und die Seite Blinkist, wo entsprechende Bücher auf die Kernaussagen herunterreduziert werden, sodass du dir Bücher innerhalb von 10 bis 15 Minuten anhören kannst. Gucken wir uns das zweite Thema an. Und hierbei gucken wir uns die drei Gründe an, warum der Bitcoin sich so schnell erholen konnte. Der Bitcoin ist ja von 57.000 US-Dollar circa ziemlich drastisch abgestürzt auf knapp 44.000 US-Dollar. Doch das, was natürlich die meisten Großen getan haben, ist, den Dip zu nutzen. Sie haben also sofort angefangen einzukaufen, größere Bestände aufzunehmen, um einfach diese Situation zu nutzen. Viele gehen nämlich davon aus, dass wir Werte von 30.000 oder 25.000 US-Dollar in Zukunft nicht mehr sehen werden. Und außerdem konnte sich der Bitcoin-Preis innerhalb von 22 Stunden von knapp 44.000 US-Dollar auf 50.000 US-Dollar wieder hochschrauben. Und dafür gibt es drei wichtige Faktoren. Zum einen haben wir hier die Futures-Finanzierungsrate, die massiv gefallen ist. Die Future-Börsen wie Binance, Bybit und Bitfenix geben also an, dass die Finanzierungsrate auf 0,01% gefallen sind. Als es diesen sehr starken Dip gab, lag der Wert bei konstant 0,1%. Dabei geht es darum, dass wenn die Finanzierungsrate hoch ist, dass der Markt mit Käufern überfüllt ist und dass die Rally wahrscheinlich überhitzt ist. Das nennt man auch Long Squeeze und könnte eben dazu führen, dass der Bitcoin-Kurs in dem Fall in einem sehr kurzen und schnellen Zeitraum einbrechen könnte. Anschließend gibt es normalerweise eben einen starken Fall der Finanzierungsrate, in dem Fall auf 0,01% und damit wird eben auch das Risiko eines weiteren Long Squeeze deutlich verringert. Und die Rally wird sich dann wieder nachhaltiger gestalten. Das passiert beim Bitcoin aktuell auch, denn wir sind wieder auf knapp 51.000 US-Dollar unterwegs. Und es sieht so aus, als könnte sich der Bitcoin weiter aufbauen. Außerdem gab es auch die News, dass Square nun 170 Millionen US-Dollar in den Bitcoin investiert hat, weil sie das ganze Thema Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel sehen. Auch die Finanzchefin hat sich dazu nochmal geäußert. Man sieht also, dass wir hier ein weiteres großes Unternehmen haben, die angefangen haben, ihre liquiden Mittel in den Bitcoin zu investieren. Aktuell reden wir hier knapp von 5%, die sie aus ihren Beständen hier in den Bitcoin investiert haben. Und es könnten noch weitere werden. Und zusätzlich ist es so, dass sich der Spottmarkt wieder komplett stabilisiert. Es war teilweise so, dass wir verschiedene Werte auf verschiedenen Plattformen gesehen haben. Zum Beispiel auf Coinbase lag der Bitcoin-Preis um 600 Dollar niedriger als auf anderen Plattformen. Auch das hat sich durch diese Anpassung bzw. durch diesen Dip wieder angepasst. Und dadurch ist es eben auch sehr wahrscheinlich, dass der Bitcoin auf diesem Niveau erstmal bleibt bzw. wieder ansteigen kann. Wir sehen solche Bewegungen immer mal wieder. Es sind Korrekturen, die einfach dazugehören. Wir reden immer von Anpassungen bzw. Dips zwischen 30 und 40%, die eben ab und zu mal dazwischen funken. Und wenn man diese Situationen dann eben überlebt bzw. damit leben kann, dann ist eben auch die Zukunft, denke ich, relativ gesichert. Und man kann sich an weitere Positionen eben trauen bzw. darüber nachdenken, wenn man damit eben nicht ganz so gut zurechtkommt, und ob man dann sein Portfolio nicht vielleicht doch eher diversifizieren sollte, um das Risiko weiter zu streuen. Gucken wir uns das letzte Thema an und hierbei geht es um Craig Wright. Er ist ja selbsternannter Satoshi Nakamoto, Erfinder des Bitcoins. Er hat bereits in der Vergangenheit verschiedene Gerichtsstreits usw. verloren, weil er beweisen wollte, dass er definitiv Zugriff auf den Tulip Trust hat. Man redet hier von über 500.000 Bitcoins, die er eben besitzen sollte. Er konnte aber nie beweisen, dass er sie wirklich besitzt. Er konnte nie irgendwelche Dokumente vorlegen, die echt waren. Er hat hier viele Fake Nachrichten, Dokumente usw. eben mit einschließen lassen. Am Ende wurde das Ganze abgelehnt und nun geht es einen Schritt weiter. Und zwar fordert er die Tulip Trading LDT auf, dass sie Zugriff auf zwei Wallets ihm geben sollen. Wir reden hier von knapp oder über 100.000 Bitcoins, die er bekommen soll, von knapp 5 Milliarden US-Dollar. Und er behauptet, dass also das Unternehmen ihm hier Bestände geklaut haben soll. Das Ganze geht nun vor Gericht, aber es sieht so aus, als würde er wieder versuchen, kläglich gegen irgendein Unternehmen vorzugehen, um hier an Bestände zu kommen. Es ist eine absolut linke Nummer, wenn es sich wirklich als wahr herausstellen sollte. Davor gilt natürlich erstmal die Unschuldsvermutung. Jetzt gucken wir mal, in welche Richtung das Ganze geht. Das Ganze kann man sich auch auf Twitter ganz in Ruhe angucken. Wellpanda hat sich zum Beispiel zu dem Thema schon geäußert und eben auch das Schreiben der Anwälte gepublished. Ich denke, das Thema kann man sich nochmal in Ruhe zu Gemüte führen, aber am Ende sieht es so aus, als würde Craig Wright auch das Thema hier wieder in den Sand setzen, weil er einfach ohne irgendwelche Beweise irgendwelche Bestände fordert, die natürlich in dem Fall wahrscheinlich nicht ausgezahlt werden. Ich bin sehr gespannt, wie das hier weiter verläuft und sobald ich hierzu Neuigkeiten habe, werde ich euch auf jeden Fall informieren. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.